Servus zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute ein Teambuilding-Video. Und das ist von der JPL, einer Draft-Liga, in der wir mitmachen. Und wir spielen direkt zum Auftakt gegen den Liga-Chef, gegen den guten Bombana-LP und seine Stelling-Italiens. Ich habe euch hier die Kaderbilder von uns beiden eingefügt. Wir treten mit dem Team Clapping Foxes an. Das seht ihr hier unten. Und sein Kader seht ihr hier oben. Ich werde jetzt so ein bisschen auf mein Team eingehen. Das, was wir so mitnehmen und was wir so ungefähr damit vorhaben. Und werde dann auch was dazu sagen, um gegen sein Team gut aufgestellt zu sein. Ja, und dann gehen wir mal rein. Wir spielen mit G-Max, also mit Giga-Dynamics. Und genau damit fangen wir jetzt auch gleich mal an. Wir haben hier unser Giga-Dynamics Tourtalk, den guten Bulldozer. Und den spielen wir mit der AV, dem Sturzbach. Regengenuss lohnt sich nicht, weil wir in der Giga-Form den Regen gar nicht rausholen. Von dem her lohnt sich das überhaupt nicht. Deshalb spielen wir Sturzbuff mit dem Scalz, also Siedewasser, dem Eisstrahl, dem Rapid Spin, Turbo-Dreher. Ganz klassisch, um die Rocks wegzukriegen. Mit dem Innip-Boost müssen wir da ein bisschen aufpassen, weil wir nicht in die Dyna-Form gehen dürfen, wenn wir geboostet sind. Und deshalb, wenn ich die Rocks wegkriegen will, darf ich mich halt nicht Dynamaxen oder muss wieder rauswechseln. Apropos rauswechseln, wir haben hier noch die Rollwände am Start. Ganz klar, Momentum, zwar ein physischer Angriff, aber wir brauchen das. Wir haben ein bisschen wenig Momentum in unserem Kader. Und darum, ja, wo es geht, müssen wir das spielen. Zum Investment, wir spielen auf jeden Fall 252 in den KP, damit wir einfach was aushalten. Ein bisschen für den Bulk noch zusätzlich. Turtok ist sehr bulky. Mit der AV gehen wir da nochmal natürlich auf die Spezialverteidigung, um da noch mehr auszuhalten. Vor allem für seinen Galar Laschoking und auch Bundleby, Blitza, potenziell gefriertrockner Arctos. Kann sehr gefährlich sein. Natürlich aus Gelabra, wobei der in der Regel nicht in Turtok reinkommt. Klar kann Energieball, aber da müssen wir natürlich schauen. Den sehe ich jetzt nicht so gegen uns, aber man weiß ja nie, was mitkommt. Und ja, dann spielen wir 44 in der Initiative. Und zwar 44, um ein Milotic zu outspeeden, das ein bisschen Init-Investment hat mit 81 Base-Speed. Ich habe da ein bisschen was draufgepackt. Die anderen Mons sind einfach schon von Grund auf zu schnell. Um die zu outspeeden, das würde sich weniger lohnen. Oder da fällt mir wichtiges anderes Investment. Das weiß ich gar nicht. Oder habe ich das sogar auf Arctos angepasst? Arctos hat 85 Base-Speed. Ja, das kann sogar sein, dass ich das auch auf Arctos noch angepasst habe. Mit ein bisschen Init-Investment, um da noch schneller zu sein. Das ist auch möglich, das weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Aber das kann gut sein. Deshalb die 104. Ja, das müsste ich nochmal genau schauen. Aber ich glaube, das war auch darauf angepasst. Und die restlichen 212 im Spezialangriff. Wir wollen hier einfach ein bisschen was austeilen. Bei vier Angriffs-Moves lohnt es sich nicht, das noch irgendwo anders reinzupacken. Darum in den Angriff mit mäßigem Wesen. Einfach um den Schaden noch ein bisschen zu erhöhen. Dann machen wir weiter mit unserem Pumper. Dem guten Strepoli, meinem Evolid-Nutzer. Und den spielen wir mit Adrenalin. Trotzdem, ich habe ein bisschen länger überlegt, ob ich vielleicht Eisenfaust spielen soll. Oder auch rohe Gewalt. Ein paar Moves hätten sich da mal gelohnt. Ein Steinhagel oder so für Arctos, auch für Bundlebee. Aber das sind wir letztendlich einfach auch zu langsam. Und speziell einfach nicht gut genug aufgestellt, dass es sich lohnen würde, da dann auch drin zu bleiben oder was auszuteilen. Wir spielen den Tempo-Heap ganz klar. Priorität immer ganz wichtig. Lohnenswerte. Auf jeden Fall ein Pflicht-Move auf Strepoli. Dann natürlich den Knock-Off. Auch ganz wichtig. Dann haben wir den Eishieb mit dabei. Der ist speziell für Knack-Krack da. Da wir, und für Sarut, da wir die zwei insbesondere checken wollen mit Strepoli. Und da ist ein Eishieb einfach Pflicht. Ich spiele eigentlich immer gern Ableithieb. Auch weil die Recovery sonst einfach nicht gegeben ist. Aber der, für den war hier einfach nicht direkt mehr Platz. Oder ich wollte dann ihn auch nicht mehr mitnehmen. Weil es einfach nicht so viel sonst trifft, was sich noch lohnt. Ich wollte dann lieber nochmal den Protzer dabei haben. Hier Bulg-Up, um eventuell zu einem Setup zu kommen. Und natürlich dann noch bulgiger zu werden. Und natürlich auch den Angriffs-Boost dann zu bekommen. Um dann natürlich mit einem Knock-Off und Eishieb, Tempo-Heap dann natürlich eventuell auch finishen zu können mit der Prio. Das könnte vielleicht noch ganz wichtig werden. Gucken wir mal, ob wir zum Setup kommen. Wir spielen ganz klassisch. Komplett Fist-Dev. Alles in die physische Defensive. Alles in die KP. Vier in den Angriff. Woanders lohnt es sich einfach nicht, das reinzupacken. Ja. Ganz klassischer Check für seine physischen Angreifer. Knack-Krack-Sarut. Dann gehen wir hier weiter. Zu unserem Golem, unserem Golgantis. Den spielen wir mit dem Wahlband und der Eisenfaust. Ich habe tatsächlich überlegt, oder ich hatte am Anfang ein schildlos Wuchtschlag-Set. Aber das lohnt sich in dem Match-Up tatsächlich weniger wie das Eisenfaust-Set. Da Wuchtschlag auch nur 100 Base-Stärke hat. Und dann schildlos Set zu riskieren, wo auch jeder Angriff vom Gegner trifft. Klar, der Poltergeist würde auch immer treffen und es könnte wichtig sein, aber das wollte ich dann einfach doch nicht. Ich wollte dann lieber die Eisenfaust spielen mit dem Poltergeist. Klar, der ist Pflicht. Das ist einfach sein stärkster Step-Move. Dann spielen wir noch den Ubleithieb drauf. Den habe ich jetzt hier draufgepackt. Als Kampfattacke wird von Eisenfaust geboostet. Trifft Sarut sehr hart. Wolverog. Arctos neutral. Ordoch wird auch sehr effektiv getroffen. Von dem her lohnt sich das einfach. Das EQ haben wir draufgepackt. Ganz klar Pflicht. Sein Step-Move, Ground-Step-Move. Der muss einfach drauf. Da muss ich gar nicht viel dazu sagen. Trifft Galalasho-King sehr hart. Skilabra sollte es mitkommen. Blitzer auch. Dafür ist er insbesondere da, um in Blitzer reinzukommen. Ja, Blitzer kann einen Spuk-Ball haben. Da gehe ich gleich nochmal beim Investment drauf ein. Und zum Schluss spielen wir noch den Feuerschlag. Um Arctos zu treffen. Um Bundle-Beat zu treffen. Und Sarut zu treffen. Der wird auch nochmal geboostet durch Eisenfaust. Und er lohnt sich mehr wie eine Gesteinsattacke. Da auch sein G-Max-Kramor von einem Feuerschlag noch sehr effektiv getroffen wird. Und von einem Gesteins-Move eben nur neutral. Dann kommen wir zum Investment. Wir haben 172 in den KP. Damit überleben wir auf jeden Fall ein Spuk-Ball von Blitzer. Wenn es kein mäßiges Wesen spielt. Und glaube ich sogar Choice-Backs tanken wir auch. Ich meine, das habe ich gekalkt. Also wir überleben auf jeden Fall was von Blitzer. Dann spielen wir Full Attack. Mit einem harten Wesen. 252 in Angriff. Mit Choice-Band und Eisenfaust. Muss der gut Schaden machen. Und dann haben wir noch die 84 im Speed drin. Und die waren tatsächlich dafür. Lass mich nicht lügen. Ich bin da ein bisschen nach Kramor. Genau, da habe ich auf Kramor geachtet. Und auch auf Galala-Lasho ging. Aber den spielt man meistens nicht mit Full-Init. Da ging es mir hauptsächlich darum. Ich wollte tatsächlich ein Punkt langsamer sein als Kramor. Kramor hat ohne Init-Investment 87 Base-Speed. Und wir haben hier 86. Genau aus dem Grund, weil sich Full-Init einfach nicht lohnt. Und das Investment in den KP einfach wichtiger ist. Und vor allem, wenn wir ein Punkt langsamer sind und er roostet. Und ich bin zum Beispiel auf dem EQ gelockt. Also ich will das jetzt nicht als Gamble eingehen. Immer so zu spielen und mich auf EQ zu locken und das zu predikten. Nein, es ist nur, wenn ich gezwungen bin, mich auf EQ zu locken. Im Late-Game oder irgendwann mal. Oder er wechselt rein und ist schon angechippt. Und ich gehe davon aus, dass er roostet. Und ich bleibe drin und drücke nochmal EQ. Dann verliert er seinen Flugtyp. Und wir treffen ihn sehr effektiv mit dem EQ. Von dem her ein Punkt weniger als Kramor's Base-Init mit natürlich 31 Init-EVs auch. Von denen gehe ich einfach aus, dass er sie spielt. Weil Bizarro-Raum lohnt sich bei ihm einfach weniger. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Dann gehen wir weiter. Und zwar kommen wir hier zu unserem Firefrog. Zu unserem Heatran. Kurz was zum Spitzname. Den habe ich vom guten Pokecap, der auch in der Liga teilnimmt. Der sagt immer, Heatran sieht aus wie so ein zusammengepresster Frosch. Und es ist einfach keine Schönheit. Von dem her. Ja. Firefrog. Feuerfrosch. Wir spielen hier ein Live-Obset. Mit dem Feuerfänger. Und zwar spielen wir die Lichtkanone. Die Erdkräfte. Ich verwechsel es immer. Magma-Sturm müsste das sein. Oder Lava-Sturm. Ich verwechsel die zwei Attacken immer. Seht es mir nach. Ich kann mir das einfach nicht merken. Und mit den Rocks. Also der ist hier unser Rocksetter. Ich denke. Kommt aufs Matchup an. Vielleicht leiden wir auch damit. Aber er soll auf jeden Fall die Rocks noch rauslegen. Deshalb auch wieder Full-KP-Investment. Weil sich auch hier wieder einfach ein Full-Init nicht lohnt. Ich outspeede mit den 76-Init-Investment. Alles was ich outspeeden muss. Sprich. Ich bin schneller wie Milotic. Ich bin schneller wie Arctos. Mit ein bisschen Init-Investment. Also das habe ich alles auf die angepasst. Die ich mit dem Investment outspeeden kann. Die anderen sind einfach alle schneller. Und die spielt man auch mit Full-Init. Von dem her brauche ich dafür kein Init-Investment verschwenden. Weil in Knackra kann ich sowieso nicht drin bleiben. In Sarut ist so oder so schneller. Galalashuking ist langsamer. Und alles was ich outspeede. Outspeede ich damit. Und deshalb packe ich das alles lieber dann in die KP mit rein. Oder dann eben hier in den Spezialangriff nochmal. Wir spielen dann auch ein mäßiges Wesen. Die Rest schlägt 180 in Spezialangriff. Um hier noch ordentlich austeilen zu können. Neben dem guten Bulg. Den Heatran sowieso mitbringt. Darum spielen wir das einfach alles so. Und halten dadurch auch einfach mehr aus. Dann kommen wir zu unserem Lightning. Unserem Blitz. Unser Zapdos. Klar, Plateauschuhe. Pflicht. Tarnsteinschwäche. Bleibt mir nichts anderes übrig. Und die Statik. Um natürlich bei den direkten Angriffen eventuell eine Para hervorzurufen. Das könnte ganz gut sein. Gerade wenn Sarut gepaarrt ist. Oder einfach seine schnellen Mons. Vielleicht auch Wolverog, wenn es mitkommt. Und das könnte dann doch noch ganz wichtig sein. Wir spielen hier den Orkan drauf. Den Volt Switch. Toxic und Roost. Orkan ist ganz klar. Flug Step. Volt Switch spiele ich ganz klar über dem T-Bolt. Der T-Bolt lohnt sich in dem Matchup einfach gar nicht so. Weil er viel reinschicken kann. Was es registriert. Oder auch eben komplett immunisiert. Sehen wir hier. Blitzer, Volt Absorber, Knackrack. Immunität, Sarut. Sarut keine Immunität. Resistenz, genau. Ja klar, ich treffe schon viel neutral. Aber ihr seht es am Set. Er ist nicht dafür da, um groß Schaden zu machen. Darum den Volt Switch nochmal für Momentum. Das ist mir einfach wichtiger. Und das reicht dann auch auf Zapdos. Toxic auch ganz klar. Ich muss eventuell Milotic Toxic toxen, wenn er kein Heißort-Not-Schutz-Set spielt. Und sonst auch auf Arctos sieht ein Toxic immer gut aus. Auf Wardoch. Also Toxic lohnt sich einfach immer. Und Roost ist ganz klar. Logisch. Langlebigkeit, Heilung. Kommt man auch nicht drum rum. Dann kommen wir nochmal zum Investment. Full KP spielen wir hier. Wir spielen nochmal ein Fist-Dev-Wesen. Und zwar aus dem Grund, auch mit dem Split-Investment, Full-Fist-Dev wollte ich nicht, weil da haben wir schon Strepoli. Und für die spezielle Defensive haben wir das AV-Tour-Talk mit vollem KP-Investment. Deshalb habe ich mich für ein Split-Investment entschieden, dass beide Verteidigungswerte ungefähr gleich aussehen lässt. Bisschen mehr in die physische Defensive. Weil ich sehe bei ihm die physische Bedrohung größer. Knackrack kann Gesteinsattacken. Sarut mit der Unlichtattacke trifft auch hart, je nachdem wie man spielt. Wolverock natürlich hier als Gesteinstyp. Kramor auch. Kräft auch physisch an, wobei wir da dem seine Moves natürlich resistieren. Aber es ist einfach, die Gefahr ist höher. Trotzdem haben wir noch das Spezial-Verteidigungs-Investment, um vor allem gegen Arctos was auszuhalten. Da stehen wir immer ganz gut da. Da können wir dann auch eben mit dem Volt-Switch wieder rausgehen. Wir können drinbleiben, was tanken, wenn wir müssen und mit dem Volt-Switch wieder rausgehen. Und darum spielen wir hier einfach nur das Defensive-Investment. Er macht schon mit 125 Base Spezial-Eingriff guten Schaden und er ist auch recht zügig unterwegs mit seinen 120. Von dem her, deshalb spielen wir dieses Defensive-Investment. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Mon. Das ist unser guter Zerhachsler, unser Max-Ax. Da habe ich recht lang überlegt, was ich da mitnehmen will. Ich habe noch geschwankt zwischen Max-Ax und Tectas. Am Ende war mir dann die Elektro-Gefahr durch Blitzer mit Tectas im Team zu groß. Ich habe mich deshalb für Max-Ax entschieden. Der resistet die Elektro-Attacken. Er hat zwar auch keine gute Spätz-Dev, aber es ist immerhin eine Resistenz und wird nicht sehr effektiv getroffen. Wir spielen hier das Brunus-Bären-Drachentanz-Wutanfall-Set. Das ist auch mehr oder weniger selbsterklärend, ganz klassisch. Wir spielen die Überbrückung drauf. Drachentanz ist klar. Müssen wir eigentlich immer ganz gut rauskriegen. Wir sind Full-Init-Frohes-Wesen. Natürlich auch Full-Attack dann und vier in die physische Defensive. Wenn wir ein gutes Match-Up haben, kriegen wir immer einen Drachentanz raus. Und mit Wutanfall können wir einfach reinhauen. Wenn Bundleby weg ist, hat er nichts mehr außer Kramor, was er reinschicken kann, was uns dann eventuell noch aufhalten könnte. Also von dem her sind wir da auch gut aufgestellt. Voraussetzung ist natürlich, Bundleby muss weg sein, weil sonst switcht er einmal Bundleby rein und dann war es das. Wir haben den Überrumpler dabei. Nochmal eine Priorität, eine sehr starke Priorität, die auch wichtig werden könnte, weil wir damit Sarut vor allem nach einem Drachentanz, wobei dann kriegen wir ihn gar nicht mehr raus, aber wir können ein ungedamagtes Sarut damit One-Shotten. Vierfach Käfer-Schwäche. Käfer-Attacken sind hier sonst tatsächlich fast gar nicht so brauchbar. Galalasho-King wird noch neutral getroffen. Der Rest trägt da nicht so viel davon, aber es kann wichtig werden, eine Priorität dabei zu haben und auch vor allem für Sarut, um da einfach den reinzukommen, den zu drücken. Wir sind nicht gewahlt, wir haben kein Wahl-Item und dann wäre der weg. Zu guter Letzt spielen wir den Steinhagel drauf. Hier haben wir jetzt die Gesteinsattacke, mit der ich auch schon bei Strepoli und bei Golgantes geschwankt habe. Die habe ich jetzt hier auf Maxax draufgepackt, weil er auch nach einem Drachentanz gegen Arctos sehr guten Schaden macht. Die Kalks sind leider zu lang her. Ich weiß nicht mehr, ob es sogar One-Shotted dann, aber es trifft einfach Maxax, Bundleby, Skilabra, sollte das mitkommen, Kramer wird neutral getroffen. Also die Gesteinsattacke sieht einfach unfassbar gut aus. Er kann leider keine Steinkante, deshalb ist der Steinhagel, aber wir haben hier immer noch die Flinch-Chance und auf Plus Eins macht das auch gut Schaden. Von dem her denke ich, wir können da damit gut Work machen. So, damit sind wir eigentlich am Ende. Okay, das Teambuilding wird einen Tag vor dem Kampf online kommen. Von dem her, wenn es online kommt, wisst ihr, dass am nächsten Tag der Kampf kommt. Ich verlinke natürlich Bomba in der Videobeschreibung vom Kampf, also jetzt nicht hier im Teambuilding, noch nicht. Ich verlinke ihn dann im Kampfvideo natürlich. Schaut dann auch auf jeden Fall bei ihm vorbei. Lasst da auch ein Abo dann da, wenn es euch gefällt. Gebt einen Daumen hoch. Und ja, ab jetzt gibt es wöchentlich JPL-Content mit Teambuilding und Video. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und von dem her, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal.